Heute Hacke und Cem, Videoproduktion UGA Heilen in Hessen. Wir sitzen in einem Auto, was ich Perazität nenne, was eigentlich Porsche Carrera 4 genannt wird. Ein bisschen hier und da gefühlt natürlich. So Cem. Das obligatorische Yo-Yo muss natürlich sein. Hallo, 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 hallo. Das heißt, eigentlich, ja, gute Ahnung, meine Damen und Herren, aber wir sagen mal Yo-Yo. Heils, herzlich willkommen. Optimal, man. Gib mal Gart. Aber ich scheiße, was das ist, du was Gart. Also, der Achtung gibt es später.